So, das ist hier nochmal dieser Schuppen an der Grenze zwischen Weideland, Feldern und dem vorderen Bereich mit dem Baugrundstück und den Gebäuden vorne. Das ist so vielleicht am ehesten das, wenn wir schon mal Weihnachten ja auf uns zukommen sehen, was wir uns früher so als Weihnachtskrippen vorgestellt haben oder auch aufgestellt oder gebastelt haben. Vielen Dank.